Hallo Leute und Herzbekommen zurück zu Let's Play League of Legends ich bin so aufgeregt weil meine FPS und die Tristan mit dabei sind ist ist wieder Korrigation Roletti Kuchen fehlt heute und kann jetzt ein Zeichen das kann man noch einmal spielen das erstes muss mit Dorans wird sagen als zweites nach Robo aber ich hol mir erstmal Schuhe ok also ich hab einfach mal aus Fun Rengar genommen einen sehr witzigen Charakter der zu dieser sehr witzigen Map auch gut passt weil diese Map hat etwas sehr besonderes an sich nämlich zwei Altäre mitten in diesem Mini-Jungle und auch hier kein Baron den wir glaube ich nicht gezeigt haben auf der normalen Map oder? das Spiel hat sich geparkt ne Baron haben wir auf der normalen Map noch nicht gezeigt hier der ist irgendwie Fail oder? äh Garen ist Fail dann geh ich runter ja komm dann geh ich ne ich genau nicht genau dann gehst du noch runter und ich hab ich hab Deck des Todes gerade und jetzt ist es besser ui oh ja scheiß du so man ist es besser hier dass ich mich über meinen Schuhe aufgeregt hab hat keiner gemerkt neiiiin nur nicht so wenn ich dann meinen Höhlenzapter hab geht's hier ab weil hier gibt's irgendwie keine Rauber ja die Map hat etwas besonderes ja aber das witzigste ist ja wenn wir beide Altäre eingenommen haben so nehmen wir dann als zweites mal mein E das bringt's glaube ich ein bisschen mehr First Blood und tot gegen den Black und Minions he 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 good tschüss Ben gleich weit zum gegnerischen Altar und nimm den ein ach eh also egal Mensch wenn er ist gerade tot ne die liebt die liebt wie durchs Klau die ist dort ähm da muss man schnell runter Junge nach Rotter bin doch schon voll dabei welchen den hier den Gegner rutschen da steht okay ja so haben wir dann nämlich gleich beide so Dancing gut jetzt haben wir einen extremen Vorteil ja oh ich hab'n Heal gefunden ich hab'n nämlich diese tollen Buffs ich wohne nicht ich hab'n wieder Lowlife weil ich Legs hab äh schlimm sowas weiß aber auch nicht woher das kommt hm so wunderlich ne so das Schöne an Rangard ist die Knochenplanheitskette äh wenn ihr also die gibt soviel Rangard wenn ich jemanden töte erhalte ich für diese Tötung eine Trophäe und wenn ich 14 habe ja dann wird's richtig geil da meine Ulti dann verbessert wird weil ich halt ja auch so Attributverbesserungen und allem möglich ist so wir schaffen das kurz mal zu der Runde geswitcht irgendwie Legs irgendwie Legs du bei mir ich weiß aber nicht hm bei mir tust du auch ein bisschen aber ich liebe es wenn ein Plan können wir ja nichts dafür eigentlich wenn sich dieser scheiß TeamSpeak selber nicht auskacken kann wir schaffen das wir schaffen das so nun ist halt eine bestimmte Zeit um jetzt wurden die Siegel gelöst jetzt kann der Gegner die Altera wieder einnehmen ja mitunter für uns auch sehr uncool enden kann da wir diese Altera nicht wieder versiegeln können ja ich brauche ein bisschen Leiden und dann warten müssen naja jetzt habe ich schon wieder vergessen mein W zu skillen ja positiv bleiben so lange wie möglich jetzt auf der Lane ja nur wir können jetzt eben wenn die versuchen den Alter hab ich aufs Wort nicht gekommen einzunehmen yay ich hab einen Minion gekillt mit meinen Q da ist einer scheiße ich muss aber jetzt weg Herr Venna lass es dir eine Leere sein greift nie einen Rengar mit seiner Wildheit an genau so oh Tristana Tristana nimmt ein nicht ohne mich aber Garen hat ja der zuckt irgendwie besser wie unterbrochen unterbrochen und ich KS oh ich bräuchte auch mal ein Kill ich brauche nicht langsam Geld für mein schönes Höllenzepter weißt du ich brauche ich brauche mich mal Geld für meinen Höllenzepter weil ohne Höllenzepter wird meine Fähigkeitsstärke nicht so steigen geht das jetzt? nein nein du kannst diesen Altar nicht wieder versiegeln das kann jetzt nur der Gegner wenn der ihn einnehmen würde hm hm ich hole mir mal deine Minions ja du kannst auch mit auch Scheinwerder gehen was etwas früher sehr hilfreich gewesen wäre Entschuldigung sorry 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 hu hu ich muss jetzt aufpassen wegen den Minions aber irgendwie hab ich grad übelst den Leck gehabt gut bin ich wenigstens nicht alleine mit ne gerade ist meine FPS in den Keller gegangen wir schaffen das und das nicht grad wenig wieso jetzt wieso so ja ja Rengar alles auf mein Zeichen so ist richtig ja das hört man hier leider nicht du kannst nichts dagegen tun und das ist so böse und ja der Gegner hat leider ein Altar eingenommen und Shaiwender kommt glaube ich um hoch ne die geht runter oder sie rennt von sie rennt von mir weg trainieren wir erstmal als solches ha mit Master Yi und ich hab noch nicht die Fähigkeit stärke die ich eigentlich bräuchte hierfür hm meine Passiv das mit dem Blenden ist geil ja geh doch auf mich wieso nicht ich muss sagen das ist es wievielte Mal dass ich Glück spiele ich glaub fünfte Mal oder so also ich hab die nicht oft gespielt eigentlich sind andere Charaktere mehr so also Angriffsschaden weil Lux ist Fähigkeitsstärke das ist nicht so mein Fall du bist natürlich ein totaler Hater von Fähigkeitsstärke ja muss ich dazu sagen es tut mir leid aber es geht ja nicht mit überlegener Taktik ja jeder hat das was uns selber Angriffsschaden und also was mit Crit zu tun hat geht eigentlich besser finde ich also ich weiß nicht wo Master Yi grad hin ist ach der ist hier oben nice ui ich weiß aber nicht wo Tristana ist das ist jetzt mein Problem das ist aber einer wollte mich gerade ganken ging aber nicht mich da und mich davon abhalten im Alter einzunehmen ja sie war aber zu schlecht für das ist immer so ach man ich wollte auch mal was aber naja so jetzt hole ich mir erstmal mein verfucktes weh um mir Leben zu holen also jetzt hier so live technisch weil ich kann es mal demonstrieren ich ziehe jetzt auf Garen und habe das Leben wenn ich ihn gut getroffen habe jetzt drauf was natürlich nicht der Fall ist nein du generierst dein Leben du machst nur einen schönen ach so ich habe immer gedacht das nur ist für Leben und sowas na kann ich wirklich als ich jetzt frage warum ich Tackensperre ja ich will meine Wildheit aufladen ohne die Oti zu nutzen ja und ich muss mal back ich kaufe nämlich dann mein Höllenzepter eigentlich hätte ich mir eine Rabba geholt aber Höllenzepter muss auch gehen ja es ist halt nicht der Bespörer im Normal Game werden wir auch viele Charaktere werden dann öfters kommen und eins muss man mal dazu sagen es ist schon es sind schon ein paar Artworks zu einer 5 Map draußen ja aber ob die rauskommt ist fraglich die ehre Frage ist wann ja das ist wirklich eine Frage ich bin jetzt mal hier unten so chillig um dir zu helfen hu 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 blitz stehen bleiben sorry falls gut hab schon gedacht wieder hast du bei meiner Wildheit Kuh nicht ja weil ich dann ein wenig schneller als normal bin oh guck mal wer da kommt dieser Attacke hasse ich ich hab Tristan da selber schon mal gezockt also die Attacke ist das schafft man normal nicht es ist unmöglich wenn man die Tasten gleichzeitig aktivieren müsste ja und das ist schwierig hey wo ist denn der hin vor wo ist denn der wo ist denn der hm helle Entscheidung nice während seiner schlechten Meditation hat halt nicht jeder so eine gute wie wir ey guck mal wer da unten oh Tristana Tristana oh da sind mehrere gestunnt und ich hab Probleme die nennt sich oh life ich geh da mal back hm ein Zepter ja hier muss man komisch kaufen ich würd sagen ich hol mir da mal leiden ach ja toll haben wir den Fähigkeitsstärkebonus und Angriffsschadenbonus verloren ja ja so ich hab meine Ulti noch frei die möchte ich auch mal demonstrieren ja finden wir ja Sachen die sind nützlich für dich positiv bleiben das ist für mich ist kaum was dabei fuck you all bitches weiss ich uns hu ich muss hier weg hm was können wir mal kaufen ja mein slow ist fies äh ja aufnehmen wir noch eine Glutklinge hey Master Yi boom ha ich komm doch jetzt nicht so schnell ran das ist scheiße 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 leeeeg mich so Tristana endlich so liebe Tristana was hat dir der Sprung gebracht nix ganz genau nichts ist hier irgendwo hier der noch freie ist auch da im Jahr mehr alt da muss ich noch so weit laufen ne ich würde sagen welchen wollen wir jetzt weg pushen oh wieso sieht der Scheiß dauer mich an ich sehe es mir an ich sehe es mir an ist er denn du scheiße na toll nur weil was er hier nicht dauernd gehen wollte he 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 wir kloppen sich gerade um die Minions sag ich mal ein Sekret verschwendet wir schaffen dann wieder oh ich tu mal hier unten Deffen weil das sieht nicht gut aus so 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 ja du kannst mal mit einem Sekret der Erleuchtung probieren ob dir das ein bisschen hilft oh ja ich mach schon gut der Mensch so das Sekret bleibt erhalten und selbst beim Tod wenn ich jetzt noch Leiden hab dann kaufe ich dann müsste ich mal meine Schuhe irgendwann hatten und der Weg HALT FUCK oh Trostor noch toll Troll face da leuchtet ihn weg hey du hey du auf dem bleiben du auch bleib verfuck nochmal stehen endlich oh oh wir schaffen das oh ja stimmt jetzt ok lass erstmal den einen Altar wieder einnehmen geht das zu zweit schneller bei mir ja ich mich auch mal schneller wir müssen aufpassen ja mach's doch nicht schwerer als Läscherl ist aktivier deine Ulti und lass dich direkt aber die töten genau wieso nicht? ist der schnell ja aber das sind Gegner das ist so sinnlos ähm so noch Sekunden so nach Leiden muss ich mir auch noch was schickes kaufen ich hab jetzt rausgefunden wie das hier heißt die Rabadon die heißt nämlich ja wo klitz ja wir schaffen das ist doch jetzt egal hab so schon Fähigkeitsstärke ein bisschen was wenn nicht viel aber etwas hm wär ich hier oben nicht so alleine hätte ich ja mal gesagt ich geh mal rein aber ja also willst du da oben helfe wär es sinnvoll weil Master Yi wenn der mich attackt bin ich gleich da oben äh oh du hast ja selber grad besucht vorsicht Master Yi Ulti auf du oh jetzt haben wir ein Age äh übrigens Bruder jetzt nicht Stilen brauchen oh hier gibt es auch so eine Art Baron würde ich behaupten hier hinten drin ja das ist so eine Art Baron bloß empfehlenswert ihn jetzt nicht anzugreifen und auch wieso der macht doch keinen Schaden wow what the fuck na wieso das ist nicht so schön wie Bergen wirklich würdest du mal aktiv mit drauf gehen mach ich das schön oh ist halt dafür ausgelegt dass man den auch nur zu zweit schaffen kann und das mit Leistigkeit so ich würd sagen ich geh jetzt mal back und kauf mir den Rest also man sieht es im Chat er heißt ekelschlau ja coole Namen oh hier bräuch ich zweimal ein Stäbchen fällt mir grad nur so auf ja hat dafür aber auch noch einen zusätzlichen lustigen Effekt ja Garen wurde getötet ja das weniger hey lass den in Ruhe spinnt wo spackt oder was hier komm her wenn du was willst Tristana ich krieg dich ich krieg dich du mit überlegen Blut raus habt ihr jetzt ne Ulti fast ins Leere gefeuert aber pfff ui ne ne die schaff ich dann doch nicht warte ich bin auf dem Weg ich bin auf dem Weg ich liebe es wenn ein Plan funktioniert dauert nur ne Weile weil ich nicht so das Lauftempo gerade habe voll ausgetrickst jetzt laufe ich mich einmal rundherum Garen mein Kill so ich komm mir mal noch C4 ne C4 das hört sich an hat nicht so geklappt wie ich jetzt wollte aber naja klappt ja eh nicht so wie man will gottgleich gottgleich gefiedelt so ich brauche ich muss mir jetzt zweimal so einen fucking Stab kaufen dann noch so ein Rüstungsgerät okay äh plus damit ich hier Schaden mach der Rüstungsgegel ist fast abgelaufen hoff ich doch mal pisst mich hier nicht an kommst du oben hin ja weil irgendwie sind das ein paar viele find ich warte die werden hier zu mir kommen na dann kann ich ja auch hier mit bitteschön alter mega kf nach wie zu uns kreis so sind die so dünn? ja bei mir aber schon gerade die paar die tauchen jetzt oh bei mir ist einer 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 ich ich hab mal so Tristana wieso muss die so schnell sein kommt gar nicht hinterher ja nein ganz knapp hast du es gesehen ja so Garen hat Besuch von Shaiwana euer Team wird einen Inhibitur zerstört und obwohl es ist ja es wird langsamer Zeit würde ich so behaupten also ich bin voll für durch auch wenn ich jetzt nicht voll equipt bin oder so ne dann lass ich auch noch oben machen ja das reicht dann gehen wir mal hier hin weil die werden jetzt da unten chillig lang laufen helle Entscheidung na gut wenn ich meine Ulti reinfahre geht er schon wenn doch nicht mach voll die Krippe und die Feinung ich eigentlich auch nicht ja guck dir mal den Schaden an shhhh oh ich muss da ein bisschen weg immer gestunnt wer ist mir da drauf oh 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 Tristana lass mich doch erstmal Minions heilen haste davon Alter ich hab übelst äh was ist denn das eigentlich was Tristana mir da für Schaden zufügt entzünden oder sowas in der Art meinst du diese Blitze ne dieses Herz mit denen also wie bei Entzünden was du dann so drüber hast ja das wäre passiv das wie ein Bau bei Fizz zu einem Wehe ja das erhöht äh es wird deine fucking noch 1 Lebensregeneration und auch von anderen gewockene Heilung um 50% zumindest meistens verringern mhm was ich sehr asozial auswirken kann kann muss aber nicht ist immer noch die Situation ok so 217 Fähigkeitsstärke haben wir mittlerweile erreicht positiv bleiben ich will aber da unten lang ok ich geh mal hier unten so chillig rein weil Master Yi und so die sind ein bisschen OP für mich nur vor allem weil ich ja eh kaum so viel live hab dafür er leuchtet den Weg dum dum di 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 dum kein dein ist böder und der Tate ist echt kat oh ne 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 da riecht das wieder ab keine du kannst du parkieren ab dem katz Alter ich weiß gar nicht wo ich bin jetzt reiht kürzlich mal kurz mein E tsch boah ja ich mach gut der mensch muss ich sagen hinter mir hinter mir ich werde ich werde glaube ich angegriffen von irgendjemand nein ich muss back er ist wie hast du schon eigentlich geöffnet persönlich ist wohl glaube ich scheißegal wo ich jetzt hier hoch latsch das nennt man dann endscreen würde ich behaupten ja auf einer sehr schön aufgebauten ja auch wenn es dafür 3 gegen 3 ist er das war's dann wieder das war's für heute ist dann bis zum nächsten mal tschüss